Herzlich Willkommen liebe Konsumenten und Konsumentinnen. Diesmal nicht zu einem Let's Play, sondern zu einem neuen Projekt. Und zwar erstellen wir Tierlisten. Bei unserer ersten Folge eine Isekai Anime Tierlist. Vielleicht ist sogar ein Isekai mit dabei, den ihr gucken wollt, den ihr noch nicht kanntet. Ich kenne zum Beispiel viele der Isekais hier nicht. Und da würde ich sagen, fangen wir direkt mit dem Video an. Zuerst kommt Ari Futa. Das ist einer der Anime, die ich nicht geschaut habe. Trey, sag uns was zu Ari Futa. Also zu Ari Futa kann man halt so sagen, das ist kein wirklicher Isekai, dass du in eine neue Welt gekommen bist. Sondern es ist halt einfach eher ein Typ, hat ein normales Leben. Mit Dungeons und sowas normal gelebt. Bei einem ist es halt wieder schief gelaufen. Wie hätte es auch anders kommen können. Und dann wurde er zum Badass. Den man auf diesem Bild vielleicht minimal erkennt. Ja, das passiert einfach so. Also, ja, ich wurde mal Isekai. Ach, egal. Klasse Badass ist noch frei, deshalb. Kann ich mit leben. Also, wie würdest du es dann ein... Ich bin schon auf Should Watch It. Should Watch It? Should Watch It ist pretty high. Aber ich kann jetzt auch nicht viel dazu sagen. Ich kenne den Anime nicht. Dann als nächstes zu einem Anime, den ich selber auch geschaut habe. Und zwar Brave Story. Brave Story ist nicht einfach ein normaler Anime, sondern das ist ein Anime-Film. Das ist keine Serie. Und da geht es um einen kleinen Jungen, dessen Namen ich nicht kenne. Der durch glücklichen oder traurigen Zufall an einem Tor zu einer anderen Welt gelangt. Und was daraus passiert, wissen wir noch nicht. Oder spoilern wir noch nicht. Und das bedeutet nicht so, wie in den normalen Charaktere ist er nicht gestorben. Wie würdest du es platzieren? Es ist schon so ein Kindheitsanime. Ja, es ist schon so ein Kindheitsanime. Es ist schon so ein Kindheitsanime. Ja, was soll ich sagen, Alter. Ich habe den Anime geliebt als Kind. Ich habe ihn geliebt. Ich darf ihn nicht. Ich darf ihn nicht. Und das ist... Okay, jetzt kommen wir wieder zur Anime. Alter, wie viele Animes kenne ich hier nicht, Alter. Was hast du gemacht, Junge? Still, guck mal Animes raus. Ach, den hat man bestimmt schon mal gesehen. Richtig. Also, komm jetzt zu Cheating Magician. Ah, den kenne ich. Hauptsache gesagt, er hat keinen mehr gesehen. Also, hier, das ist wieder ein richtiger Isekai. Und zwar ist aber hier ein Eigenmerkmal. Und zwar, dass nicht nur einer, sondern zwei gleichzeitig Isekai wurden. Wie bei Brassdorch? Ja, da weißt du eigentlich. Ach ja, stimmt. Bei ihm war es halt so, dass er mitten auf der Straße, als er mit ihr, hier, leider sieht man das jetzt nicht mehr, mit ihr von der Schule ging, wurde er Isekai und sie ist halt mit reingekommen. Ja, die sind dann sehr starke Magier geworden. Und ja. Lange Rede, kurzer Sinn, es ist niemals gestorben. Richtig. Fake Isekai. Aber soll ich, also, wie denken, also, ich pack's bei Don't Watch That hin. Und wenn du es bei Re-Recommend It hinpackst, heißt es, es gehört zu Not Worth the Risk. Denn, ernsthaft, mir gefällt die Storyline gar nicht. Das ist einfach so, okay, wir sind hier, wir sind badass. Die Charaktere sind einfach keine Charaktere, sondern einfach nur Computer. Ich weiß ja, da sind einfach keine Emotionen dabei. Das ist, also, ich meine, damit die Charaktertiefe ist einfach null. Mhm. Und dann kommen wir jetzt zu Cauchless Hero. Cauchless Hero, äh, folgend, da kann ich ein bisschen mehr zu sagen, weil es ist nicht so lange her, seit ich das geguckt habe. Und zwar geht es darum, dass es verschiedene Götter gibt und Göttinnen. Und diese sollen Welten retten. Diese Welten retten sie aber nicht selber, sondern sie beschwören von anderen Welten Leute, also ich ziehe keinen die, ohne die jetzt direkt umzubringen, um in diesen Welten zu kämpfen. Diese Leute kriegen auch spezielle Fähigkeiten, die sie davor nicht hatten. Und, ja, das ist halt der Cauchless Hero. Und wie der Name schon sagt, ist er ein bisschen Cauchless. Keine Ahnung, wie das ausgeführt wird. Der flankt mich nicht. Oder ich werde da nicht sehr kalt, ich weiß nicht. Wo würdest du Cauchless Hero packen? Also, ich würde es schon rekommenden. Ich würde es schon bei Schuld Watcher zum packen, das ist dann so 50-50. Würdest du sagen, es ist auf dem Level mit Ari Futo oder ein bisschen drunter? Drunter. Okay. Also, ich würde es schon sagen. Da muss ich, da muss ich deinen, da muss ich deiner Meinung vertrauen. Der ist halt witziger, weil es soll ja auch mehr Humor sein, aber ich finde, er, von Ari Futo ist er halt einfach krasser. Von seiner Entwicklung her auch noch. Dann als nächstes zu Devil is a Part-Timer. Eigentlich ist das das Gegenteil von einem Isekai, also ein Anti-Isekai, also ein I-Isekai, also ein Sekai. Ein Welt-Anime ist das. Und da geht es halt darum, dass Leute von einer Isekai-Welt, also von der Mondwelt und so. Naja, eigentlich ist es ja ein Isekai, sie wohnen von ihrer Welt in eine andere. Aber ihre Welt ist nichts wert. Isekai ist, dass du von einer Welt in eine andere kommst. Nein, Isekai ist andere Welt-Genre und das ist für uns andere. Ist doch eine andere Welt, Mann. Ja, aber das, du, 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 du weißt es halt nicht. und zwar the devil himself ist zu unserer Welt hingekommen und kann es deswegen auch in seinen Kräften gewisserweise limitiert und außerdem von diesem brutalen Mörder ist nicht mehr so viel seines Mörderhasses auszusehen und deswegen arbeitet er jetzt anstatt irgendwelche Leute zu beklauen und sie fertig zu machen das heißt, ihr könnt the devil himself beim Arbeiten bei McDonalds ich mein es ernst, bei McDonalds beobachten und da war es irgendein so fake McDonalds, ist mir egal das war McDonalds, das ist McDonalds genau, McDonalds ich wollte einfach nur das einmal umdrehen wo willst du es denn packen? schwer, zwischen shortwatchet und recommenden würde ich das schon packen ich würde es ehrlich gesagt bei not worth the risk packen also recommendet dann kommen wir nun zu einem Ezekai der vielleicht der anderen Klasse und zwar how to not someone a demon lord ja, also wie soll man sagen er hat halt ein RPG gespielt ein Online RPG und ja sein Charakter wurde dann als Diablo himself beschworen also er ist als sein Charakter in dieser Spielewelt wiedergeboren genau kennt natürlich auch die Hälfte also eigentlich alles und ja weiß natürlich seine Gegner einzuschätzen und ja und wie man vielleicht sehen tut hat er da so zwei hübsche Frauen an seiner Seite bitte bitte sag nichts weiter Alter alles was man zu diesem Anime noch weiter sagen könnte würde die würde die Zuschauer verstören okay ja also Rudu of the Healer ist einfach so Kinderanamilage also man kann es auch übertreiben ist auch schon watch it should watch it also man sollte schon schauen er ist witzig ich würde es bei recommended zum packen dann ist es wieder so ja packen wir es einfach mal hier wegen den letzten paar Folgen ist okay last couple of so kommen wir jetzt zum Isekaiwa Smartphone Totomo Ni um den ist halt Isekai der Typ warum sage ich jedes Mal ist es ein Isekai alles was wir hier reingeballert haben ist ein Isekai you don't say so um den halt in dem geht es halt darum dass er an einem Spiegel vorbeigelaufen ist und dann irgendwie durch Vollmond in die Vergangenheit geschickt wurde irgendwie und da kann man Magie und Vergangenheit alles alles ja und er ist natürlich mit seinem Handy in diese Welt gekommen bedeutet er hat natürlich dieses ganze Wissen für Kriege und so und ihr wisst es nicht aber Trader versucht gerade das gleiche naja ja oh das war es im großen ganzen eigentlich und ich würde ihn schon also ich würde ihn rekommenden es ist jetzt kein must watch also alter ohne es unruhig haben so schlecht nichts mal beschreiben wir bevor wir die Tieristen machen aber naja das tut hoffentlich niemanden weh als nächstes kommt der Anime mit den Leuten der Slime zählen kann verschiedene keine Ahnung nicht geguckt muss Trader kurz erklären alter hör auf bei Google raus zu suchen zu sagen woran du dich erinnern kannst ich würde nur den Namen wissen ich habe ihn zu lange nicht mehr geschaut er ist erst dieses Jahr rausgekommen also ein Typ kriegt die Fähigkeit dass er also nein ich sag schon also in dem Anime geht es halt darum vielleicht blendet wo den Namen einfach hier ein noch nicht noch nicht geht es halt darum er ist halt da ist ein Arbeiter ein Mensch aus Arbeiterklasse verstorben und er wurde halt dann von den Göttern weil er sich so gut behandelt hat auf eine neue Welt transferiert und ja und hat dann halt eine magische Kraft und zwar also eine Magie um Kreaturen zu zähmen und er hat sich halt für Slimes entschieden und hat halt auch neue Sorten der Slimes auf dieser Welt erschaffen wo viele sich dachten irgendwie hat er das überhaupt geschafft und seit wann existieren die und ja also es hat ja nur Yusha und nur Narya gar nicht mit The Time I Got Really Connected ist das Slime gemischt nicht wirklich doch also er ist ich finde es ist not worth the risk also es ist jetzt recommended ja er entwickelt sich halt sehr langsam vielleicht sollte man auch irgendwas zum Genre sagen wie viel Action wie viel es ist halt kaum Action drin es ist so es ist life of life ja keine Ahnung zieht es hoch und wer es bis hier geschafft hat es zu überleben den geben wir eine kleine Belohnung und zwar ihr könnt zu dieser Zeit hingehen um euch die fertige Watchlist anzugucken ich glaube nicht dass ihr die euch angucken werdet weil ihr hört was es für Animes sind mit unserer Beschreibung sondern vielleicht eher weil wir sagen hier das ist so so und so gut laut unserer Meinung guckt es euch mal an denn wir sind sehr schlecht am Erklären also wir haben uns wirklich gut vorbereitet ja naja kommen wir jetzt zu Konosuba der ist vielleicht für manch schon bekannt wegen den ganzen Memes und nutzlos im Wasser hm also Konosuba ist Konosuba ist ein bisschen der Anti-Isekai aber nicht so wie Devil is a Part-Timer sondern eher weil sie einfach das Isekai-Genre nehmen und die Punkte eines normalen Isekai-Genre-Animes einfach ins Lächerliche ziehen also es ist ein Anime der fast komplett auf Comedy gebaut ist das heißt für Leute die Comedy-Animes mögen Konosuba ist das vielleicht euer Fall und Action ist natürlich auch ein kleines bisschen dabei ja aber ja 99% ist Comedy ich würde einfach es ist es ist halt es ist das Risiko halt nicht mehr also naja ja 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 würde ich auch sagen dann Tate no Yusha no Nariyagari The Rising of the Shield Hero in diesem Anime geht es um vier Helden welche von ihrer normalen Welt wo sie normal sterbliche normal Leute waren in eine andere Welt Isekai-T werden und in dieser Welt kriegen die vier Helden jeweils eine Hauptwaffe Speer Schild Bogen Schwert und jeder dieser Helden kann sich auch nur an diese Waffe orientieren und keine Waffe einer anderen Klasse aufheben diese Helden müssen gegen die Wellen kämpfen vielleicht habt ihr schon mal Videospiele gespielt dann wisst ihr wie so Wellen aufgebaut sind halt so Monsterwellen I hope you know what I mean und die müssen sie gegen ankämpfen um das Königreich zu retten unser Haupt Hero hier hat was sag jetzt nicht dass er vom nein sag ich nicht hä natürlich nicht das will ich ja nicht spiller unser Haupthero hier hat ist der Hero des Schildes und damit eigentlich pretty nutzlos leider leider können die Heroes warum rede ich so dengisch leider leider können die Helden nicht zusammen kämpfen weil sie dann Expedia bekommen denn sie werden nicht direkt als Badass beschworen sondern müssen sich erstmal wie bei jedem guten Spiel hochleveln und deswegen können sie nicht zusammen kämpfen das heißt er hat ziemliche Probleme wenn er keine guten Begleiter hat warum würdest du es hinpacken also schon entweder also ich würde schon auf watch or you won't get get easy kite also ist schon ich auch ist schon so ein ist schon heftiger vor allem da er jetzt auch noch demnächst oder nächstes Jahr eine Zeitstaffel bekommt watch or you won't get easy kite yes wir pokern mal dass die zweite Staffel so gut wird wie die erste oder vielleicht sogar noch besser und dann hat es sich diesen Platz für uns komplett verdient komplett dann als nächstes mit dem Anime no game no life wer Death Note kennt wer Death Note mag guckt es euch an das ist ein Anime für euch und zwar geht es um zwei Leute Zora und Shiro die ah ja wir hätten auch vielleicht den Namen Naofumi und so nennen können egal äh die sind nicht so einfach extrem gut in Spielen so mit Reflexion und so sondern die sind halt extrem intelligent und diese Leute gewinnen gegen einen Gott aus dieser Welt ein Schachduell und dieser möchte Revanche also packt er also holt er sie aus seiner aus ihren Welt raus und packt sie in seine eigene Welt und jetzt sind sie bei irgendeiner magischen Welt und müssen da mit ihrer Intelligenz scharfen Dinge zu machen alter packt es bei Watch oh you won't guess ich sekei oder ich sekei dich gleich ok na dann kommen wir jetzt zu Overlord Overlord ist fast wie äh How to not to man in Demon Lord ein gut aufgebaut und zwar dass er halt in einem MMORPG in einer VR irgendwie äh das Spiel spielt sich die Server halt ausstellen sollten zu einem gewissen Zeitpunkt und die dennoch irgendwie weiter liefen und dann ja hat unser lieber Overlord hier unser Lieblings Skelett gemerkt dass die Welt real ist und nicht mehr ein Game und ja das baut sich dann halt auf drei Staffeln noch auf und hat auch eine schöne Background Story also bei wie bei How to not to summon a Demon Lord ist eigentlich wie schon gesagt das exakt das gleiche von dem Prinzip her ist er halt einfach ein Typ der seinen Videospielcharakter übernommen hat und deswegen schon direkt auf dem höchsten Level ist pack es bei Watch or you want get it ist gehalten alter bei manchen da diskutiert man nicht ok richtig so jetzt kommen wir zu ReZero da ist halt ja also er wurde lass mich das sagen dann das ist mehr mein Anime und zwar ReZero ist nicht einfach ein normaler Kampf Anime sondern wirklich ein Anime der wirklich stark auf die Psyche gehen kann gerade von unserem lieben Helden Subaru und zwar geht es in diesem Anime um einen Typ der gerade einkaufen war und dann einfach Ezekiel geworden ist nicht gestorben sondern einfach nur aus seiner Welt gerissen und in eine neue reingepackt wie das passiert ist oder warum das passiert ist weiß er lieber Subaru selber nicht und danach kam er auf dieser Welt an ohne besondere Fähigkeiten außer eine wenn er stirbt kommt er wieder zurück und mit dieser Fähigkeit versucht er jetzt den bestmöglichen Weg seine neu seine neu geschaffenen Bekanntschaften und Freundschaften etc zu retten zu behalten ohne bei den Herausforderungen die ihm gestellt zu werden zu sterben oder diese zu verlieren ich mach gerade keinen deutschen Satz sterben und dann wieder zurück und dann wieder besser machen wie bei einem Videospiel ja das ist das ist basically es geht komplett auf die Psyche wer das nicht guckt der hat einfach der hat der hat einfach mit seinem Leben aufgegeben guckt es euch an ohne Witz guckt es euch einfach an ihr wollt es doch auch ich würde es jetzt nicht watch or you won't get es vielleicht bei schuld watch it why not es spricht halt nicht jeden an genau wegen dieser Psyche also für mich das ist das ist sogar über die vier an die sie hier schon sind aber wenn wir jetzt alle hier packen wäre es ja auch langweilig und das ist ja unsere gemischte meinung deswegen also für mich das hier ist mein Lieblingsanime von denen allen die hier sind wollte ich für mich gesagt haben deswegen auf jeden Fall eine Empfehlung von mir was machst du ich hebe sie so nochmal hin dass sie so also so würde ich das in Reng aufstellen so ja ich alter ich weiß wie ich das machen würde Kausch der Zero kommt auf jeden Fall vor die kommt jetzt erstes doch alter Kausch der Zero Kausch der Zero sowas von besser mit Abstand es ist zwar ein Kinderanime aber jetzt nicht so viel besser als sie von der Geschichte finde ich alter also ich werde mich mit dieser Reihenfolge überhaupt nicht meinen das ist seine bitte hatet mich nicht hatet ihn und dann kommen wir jetzt zu ein Anime packst bei don't watch that jetzt kommen wir zu sword art online kennt schon ja kennt halt schon jeder also ich glaube nicht dass man noch viel dazu sagen soll hier Kirito der beste Schwertkämpfer den es existiert hat Asuna seine Begleiterin es gibt ein Kind okay das Kind hat ein Nerf das Nerf ist ein VR da ist er drin da schläft er jetzt und während er schläft schlägt er andere Leute mit einem scharfen Stock in dem Sinne nennt man noch Schwert keine Ahnung in dem Sinne hab ich nicht geschaut und jetzt nicht bei not worth the risk oder also für mich wäre es don't watch that dann schon am wesentlich besten ich muss zugeben es ist also ich finde Konosubasa besser aber tatsächlich finde ich es auch besser als Sheetmagician so kommen wir jetzt zu that time I got reacquered reacquered also der Name sagt heute eigentlich bei mir ist Bruder ist immer also der Name sagt es ja schon es ist ein nice guy und zwar ein Typ ein normaler arbeit typischer Büro und so normale Welt der Typ stirbt durch ein durch einen Surprise Freund aber nein es war einfach nur so ein random Angriff er wollte ja nicht den Freund umbringen er wollte einfach nur irgendjemanden killen er wollte einfach nur irgendjemand umbringen das war einfach nur ein Pärchen ja aber das war einfach nur so ein random Angriff also auf jeden Fall nicht so viel diskutieren also auf jeden Fall ein Typ ist gestorben in einen random Angriff einfach jemand wollte einen random umbringen und er war der Unglückliche und es dann reincarnated as a slime das hat ihn natürlich sehr verwundert aber hat ihn auch viele Fähigkeiten gegeben wie die Fähigkeit die Welt besser zu verstehen mit seinen großen Weisen so heißt eine seiner Fähigkeiten das erklärt ihm so ein bisschen die Welt und die Fähigkeit Leute zu fressen oder generell Dinge zu fressen und diese Fähigkeiten die er dadurch bekommt zum Beispiel er frisst Wasser dann kann er Wasser schießen diese Fähigkeit nimmt er halt auf von den Leuten die er frisst etc und die kann auch kombinieren die kann auch leveln soweit ich weiß also so verstärken deshalb dass ich glaube dass einer der Isekais die am meisten dir das Feeling geben von ey da spielt gerade wirklich jemand ein Spiel gerade was auch die Farben angeht das ist normaler Anime Artwork würde ich sagen also wirkt schon ein bisschen wie ein Spiel was das Artwork angeht aber schon aber gerade die Farben sind sehr sehr kräftig und verleihen deswegen wirklich das Gefühl ey das ist gerade halt so ein Videospiel keine Ahnung weiß nicht wie ich das besser erklären sollte also sind wir uns einig ja ähm dann den Anime hat ich glaube das ist der einzige Anime den ich reingebracht habe den Trainer noch nicht geguckt hat und zwar heißt dieser gute Anime ich muss nicht viel sagen should watch ist das meiner Meinung nach und zwar ist es halt the time I got reinculated is a slime mit einer spinne statt einem slime das erklärt es eigentlich ja das erklärt es halt wirklich fertig brauchst du noch irgendwas das ist halt eine spinne also was ist los kommen wir jetzt zu dem misfit of demon king academy die hassen mich doch da geht es halt einfach darum dass der dämon könig einfach nur wieder geboren wurde und ja er sich halt selbst beweisen tut weil im laufe der geschichte klar wird dass er vielleicht doch gar nicht existiert hatte und ja dem geht er halt mit ein paar freunden auf den grund und findet dann die Lösung aber wenn er schon davor ein dämon krieg war ist dann wirklich ein isekai es wird als isekai genannt es ist ein isekai ich bin zufrieden mit isekai er ist auch ein guter isekai ich weiß isekai ist auch ein anderer welcher die erste folge feiere ich bis heute noch also isekai ist ja ein anderer welcher ist natürlich dass viele animisten isekais aber eigentlich haben wir uns über isekai so untereinander gesagt dass wirklich animais sein sollten wo jemand auch isekai wird aber naja wenn es schon drin ist dann werden wir es jetzt auch nicht ändern und dann noch zu wise man's grandchild das ist halt wie du auch gerade genannt hast ein richtiger isekai da ist der junge nämlich wiedergeboren worden aber mit dem vorwissen aus unserer welt und in seiner welt besteht magie aus dem wissen in seiner welt welt besteht dass die magie halt aus wissen wie wie man keine ahnung bei feuer zum beispiel wie kann man wie funktioniert eine düse feuer wird unter druck in eine schnelle richtung gelenkt und das kann er sich mit der magie so vorstellen und dann ist es halt auch so in dem sinne funktioniert die magie auf grundlagen von chemie und physik auf unserer welt und da er dieses vorwissen noch hat kann er dadurch die magie in dieser welt in seiner neuen welt viel besser kontrollieren und auch viel stärker verarbeiten also für alle die äh teat magischen angeschaut haben das ist einfach die frau also die schwester wir haben keins bei don't watch that gepackt nicht weil wir keinen haben wo wir sagen don't watch that sondern bei jedem wo ich sage don't watch that du sagst we recommend it und bei jedem wo ich sage we recommend it du sagst don't watch that oder was ist das 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 war es dann mit der folge nicht so weit nach oben ich hoffe es hat euch gefallen und wenn ja dann legt einen Daumen nach oben damit wir sehen dass es euch gefallen hat und vielleicht in Zukunft was öfter machen ihr könnt uns auch gerne in die Kommentare schreiben was wir als machen sollten was für eine Liste und wir werden uns nächstes Mal auch wirklich drauf vorbereiten das war jetzt mehr Diskussion lassen aber wir haben gerade gemerkt es nicht so unser Typ von Liste machen zu diskutieren denn wir nicht spontan intelligent und wenn ihr eine andere Reihenfolge habt oder weitere ICK in die empfehlen könnt könnt ihr damit gerne in die Kommentare und Bescheid geben werden wir vielleicht dann irgendwann mal bei einer neuen Version auch mit aufnehmen in so 3-4 Jahren würden wir aber trotzdem gerne gucken ich hoffe ihr habt vielleicht ein paar anderes rausziehen könnt die ihr gucken wollt und vielleicht ein paar neue Lieblings anmess und dann würde ich sagen beenden wir das Video hier auch und ja wir haben eigentlich noch keine Abmord kannst irgendwas sagen irgendwas mit Konsumenten und Konsumentinnen irgendeine Abmord damit dann sehen wir uns beim nächsten Mal beim Konsumieren unserer Videos ich habe auch an sowas gedacht aber dachte ich das sei cringe aber ok schön du bist cringe mach aus